Hallo zusammen, mich ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir aus einer Anführungszeichen Kiste bzw. von einem kleinen Rätsel bekommen. Und zwar befinden wir uns hier einmal in Maldraxxus, hier unten auf den Koordinaten 60, 79 und hier ist eine kleine Kiste bzw. so ein Becken, ein Gefäß, das wir nicht öffnen können. Und um das zu öffnen, haben wir hier direkt daneben einen Trank, den klicken wir an. Dann können wir hier diesen Behälter öffnen und da ist ein Toy drin und das Toy wollen wir uns jetzt angucken. Ich zeige euch jetzt nochmal, wo wir etwa sind. Also hier oben ist dieses Schleimbecken, da unten ist der große Fluss und hier ist einmal die Hütte mit diesem Trank bzw. dem kleinen Becken, wo wir den Schleim rausgezogen haben. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Fiole mit gefräßigem Schleim und das können wir mal einsetzen und mal schauen, was wir damit machen können. Hier, der enthaltene Schleim ist unersättlich und unkontrollierbar. Er verschlingt Gruppenmitglieder und fügt ihnen Schaden zu. Kann nur im Freien in Schattenlanden verwendet werden. Ah, ja. Okay, also das kann ich... Okay, das kann man nur in einem bestimmten Bereich einsetzen. Schade. Wahrscheinlich muss ich in der Gruppe sein, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wo dieses bestimmte Land ist, ne? Da müssen wir nochmal gucken. Eventuell finde ich das nochmal raus. Einsetzen können wir es jetzt leider nicht. Wir haben jetzt auch keine Gruppenmitglieder, aber das Toy haben wir zumindest eingetütet. Ist wieder eins mehr in der Sammlung. Und ja, ich versuche mal noch rauszufinden, wo man das einsetzen kann. Das schreibe ich euch dann in die Kommentare rein. Und ja, damit wären wir aber schon am Ende. Zeigen kann ich es jetzt euch leider nicht. Ich habe, äh, ja, leider jetzt nicht mehr zum Zeigen an der Stelle. Hat mich aber dennoch gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.